egal in einer stadt herrscht hungersnot eine bevölkerung wünscht sich einen zeitungsstand und erfolgen das problem ist halt einfach nur die nerven halt einfach so hart jetzt die jungs müssen wir jetzt mal gucken dass wir irgendwie nachschub darunter kriegen was ja an sich ja kein problem mehr sein sollte wir haben jetzt genügend so 8600 noch wir können jetzt hier ja ich denke in den nächsten fünf minuten haben wir es okay das war ein bisschen dumm von euch wollen das ist ein bisschen doof gesetzt von denen aber gut mann hey ich beschwere mich nicht dass sie keine jäger mehr herstellen erst mal ja wie gesagt für uns ziemlich gut ah nee 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 mach lieber so weiter los ach hinterher murse sein Ah, los. Nein, was macht ihr denn? Ah, Mann. Geh doch da hin, Blödkop. Da wisst ihr was. Mann, jetzt erstmal diese Kackschule weg. Das hätte ich eigentlich schon längst machen sollen. Das ist eigentlich total hinrissig von mir. Ah, diese Kackschule weg. So, jetzt habt ihr gelitten. Jetzt habt ihr gelitten, Sajikis. Sajikis, ihr habt gelitten. Ja, komm, jetzt gehen wir hier. Jetzt können wir die nächste hier runterbringen. Sehr gut, sehr gut. Wie gesagt, ein paar Minuten noch. Dann haben wir es. Die Hälfte haben wir jetzt gleich. Danach können wir eigentlich genau schnell die killen. Also diesen Stadt-Typ noch killen. Und da warst du es eigentlich, oder? West-Case wäre, wenn ihr natürlich jetzt noch eine Base irgendwo gesetzt haben. Oh, dann hätten wir, dann hätten wir ein Problem. Hier ist alles safe, oder? Jo, geht noch. Geht noch klar hier. Wir haben hier genügend Kohle. Das heißt, wir können hier weiterhin auf diese Krieger gehen. Ach ja, das freut mich. Ah, nur noch 4.000. Jetzt guck ich. Ich hoffe wirklich nicht, dass sie noch ein zweites Gebiet haben. Dass sie sich denken, oh, wir haben uns jetzt verselbstständigt, weil wir hatten keine Lust mehr. Weil wir wussten, dass diese Posten hier zum Untergang. Was haben sie denn da oben? Moment. Nee, nee, ich glaube nicht. Nee, das ist nur diese Außenposten. Guckt mal, wie schnell das geht. Wo ist hier jetzt? Wie schnell das doch geht, hä? 2, 5 sogar nur noch. So, wir speichern nochmal, bevor da jetzt hier irgendwas ist. Ich sag ja, 5 Minuten noch hat es jetzt gedauert. Dann können die Satchikis nämlich nicht mehr machen. Wir haben das Rathaus gekillt. Und damit dieser Satchikis komplett fertig gemacht, ne? Ach, es ist eine schöne Sache. Einfach immer eine schöne Sache hier. In einer Stadt wird die Nahrung knapp. In einer Stadt herrscht Hungersnot. Oder der Stadthalter verpisst sich, ne? Das wäre halt auch nicht so gut. Ah, das wäre mir, glaube ich, egal, weil dann würde ich einfach draufklotzen, ne? Fuck. Deine Bevölkerung wünscht sich eine Kriegertafel. Fuck. 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 Ist das nur, weil die Krieger da sind? Oder? Die haben sich irgendwo noch, ah, die haben doch noch irgendwo einen Außenposten gebaut. Euer fucking Ernst. Und tut ihr das? Scheiße. Und ich habe gedacht, das läuft so gut. Ja, komm. Okay. Aufteilen. Such dieses zweite Lager. Scheiße. Stimmt hier irgendwo. weißt du dass hier doch nie aufgeben in einer stadt herrscht hungersnot dass sie halt auch einfach nicht aufgeben wo habt ihr euer zweiten lager wo ist das zweite lager jetzt kannst du dir die ganze map absuchen das kack hier moment mal ja damit sind die irgendwo bei die haben ja auch mal von hier angegriffen wünscht sich einen zeitungsstand dann hätten wir eigentlich schon längst angegriffen oder ja ich meine wir schauen mal wo man sie halt finden wir machen halt noch 23 spärer aber mal drei stück das gibt es doch nicht wo sieht die denn wo sind die denn scheiße es ist halt echt so wünscht sich eine kriegertafel wie ich mir halt gedacht habe na scheiße dass sie doch noch welche haben machen die das auch mittlerweile immer in einer stadt herrscht hungersnot irgendwo okay du läufst mal hierhin ausbildung abgeschlossen du läufst mal hierhin ach gott er wo könnten wir noch sein heißt wir haben ja noch einen haufen haufen kriegerin weiß diese die schwerter ist schon schärfen jetzt suchen wir diese kakse chickies noch eine bevölkerung wünscht sich einen zeitungsstand die uhr tickt eigentlich gegen uns weil es ist nicht so gut weil dann haben wir jetzt wieder mehr zeit sich ein bisschen aufzubauen es ist echt scheiße ist er wisst ihr was wir sammeln unsere truppen hier oben es macht jetzt keinen sinn hier trifft euch mal alle hier so so du bist hier dann gehen wir hier runter in einer stadt wird die nahrung knapp sondern gehen wir hier entlang da sind sie in einer stadt herrscht hungersnot ok alles klar hier sind vier jäger gut hier unten vier jäger da machen wir das jetzt noch ja wird heute ich glaube ich hatte auch ein bisschen die folgen meist glaube ich immer so halbe stunde es wird wahrscheinlich jetzt noch noch mal eine halbe stunde werde ich glaube ich drei parts draus machen oder so so schnappt zeug los deine bevölkerung wünscht sich eine kriegertafel herr wenigstens haben wir sie jetzt gefunden so schon mal angenehm ach naja damit habt ihr nicht gerechnet dass sie die fetter armee kommt also dass die fetter armee aber so attacke direkt erst mal die schule killen ich denke ich werde so halbe stunde halbe stunde mal gucken ich denke so 20 minuten so ein paar dann hinkriegen in einer stadt herrscht hungersnot erst mal hier erst mal auf den jäger drauf so jetzt hier erst mal auf die drauf in einer stadt wird die nahrung knapp oh mann 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 ey was wasser folge es war auch nicht irgendwie schwer oder so im gegner wir haben eigentlich echten perfekten stadien gelegt erst mal auf ihn perfekt jetzt können sie nichts mehr machen aber was war warum man nicht so viele hätten uns wahrscheinlich die ganze zeit voll unter druck setzen können mit jägern hätten die ganze zeit jäger bringen können wir hätten da nichts machen können wir haben es nur geiler scheiß ja du kannst du auch noch hier angreifen wir haben auch noch einer kannst du auch noch hier sollten sie jetzt eigentlich haben wilde sache hier würde ich sagen jetzt sehr wilde sache wildes geschehen hier was man hier fabriziert haben sehr wildes geschehen in einer stadt herrscht hungersnot die können nichts mehr machen wir haben unsere ruhe sehr edelst ja komm wir können hier noch gebäude wird errichtet gebäude bauen das brauchen wir eigentlich nicht mehr das brauchen wir auch nicht mehr weil wir können jetzt alles gebäude wurde abgerissen können jetzt wirklich alles mit der dingens machen können jetzt alles so mit der 28 waffen ja das dicke lang das können das mit dem paar die wir jetzt noch haben aber sie haben sich nochmal verselbstständigt dann kotze ich in einer stadt wird die nahrung knapp dann könnte er mich mal guck mal wir haben ja genügend kriegerin also dass sie das nochmal holen das ist null nummer null nummer von den jungs null nummer ach es war so schön ding war es das dann haben wir dann die amazon auch geschafft weil es klingt so als wenn wir die letzte mission damit gemacht haben der amazonen der amazonen ja und 300 sehr schön in einer stadt herrscht hey ihr wollt mich doch verarschen oder deine bevölkerung wünscht sich einen zeitungsstand ihr wollt mich doch verarschen oder wo haben die sich nochmal breit gemacht wo hier auf hinterher es kann doch nicht sein ein gebäude ist fertig wo wandert ihr alle hin wo wandern die ganzen frosch menschen hin das problem ist haben die jetzt noch eine zivilisation gegründet ja tatsächlich ach leckt mich doch das gibt es doch nicht warum macht ihr das in einer stadt wird die nahrung knapp und gründet ihr zu viele zivilisationen lasst es doch einfach akzeptiert euer ende in einer stadt herrscht hungersnot da ist er da ist er los auf den drauf los jawohl jetzt direkt alle hier drauf deine bevölkerung wünscht sich einen zeitungsstand so jetzt erstmal hier auf die jetzt alles darauf man es kann doch nicht sein deine bevölkerung wünscht sich los auf ihn drauf es kann doch nicht wahr sein wie viele denn noch aber es sollte jetzt glaube ich gut sein oder sollte gut sein die haben auch keine bürger mehr oder wo wir haben jetzt den stadthalter die haben nämlich einen stadthalter die haben eine stadt gehabt haben einen stadthalter und haben direkt eine neue stadt gegründet was scheiße ist macht man nicht kinder das macht man nicht das ist so feige von euch ich krieg doch 30 minuten folgen hin aber wenn es so weiter geht schon wenn es so weiter geht schon in einer stadt herrscht hungersnot bitte lass das diesmal ja oh danke mission beendet oh ja ja sehr schön die amazon haben wir damit auch fertig gucken wir uns das kurz an girl power in der praxis wieder einmal ist bewiesen dass auch frauen ihre mann stehen endlich wird nicht mehr der faulende kriegerschweiß in der luft liegen sondern der süße geruch frisch gebackener schokotörtchen ja die schokotörtchen ja sehr cool da haben wir die amazon nun auch fertig ne sehr gut da können wir jetzt als nächstes in die kampagne gehen der satschikis ne trockenperiode dein brot fühlt dass eine lange trockenperiode kommen wird orte genügend nahrung und baum die motivation dir deines volkes auch in dieser zeit aufrechterhalten zu können erforsche notwendige technologien und baum genügend lagerplatz das ziel dieser mission ist es 100 portion nahrung zu erwirtschaften boah die satschikis sind so das volk was ich am ekligsten finde und überhaupt nicht mag aber gut ich würde sagen hier machen wir in der nächsten folge weiter bis dahin macht's gut 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 gut